Liebe Agilcare-Anwender, bitte registrieren Sie sich hier für alle Agilcare-Workshops im Jahre 2024. Diejenigen, die schon länger die montäglichen Workshops besuchen, wissen längst, was ich am Montag im Workshop erfahre, bietet mir vielleicht schon am darauffolgenden Dienstag spürbar bessere Lebensqualität. Also es lohnt sich, am Workshop teilzunehmen. Und sollten Sie Montagabend mal keine Zeit haben, so steht die Aufzeichnung für Sie, also für registrierte Anwender, zur Verfügung. Auch zum Stellen von Fragen und zum Download der am Montag angebotenen Dokumente ist die Aufzeichnung noch geeignet. Registrieren Sie sich bitte hier und Sie genießen zahlreiche Vorteile. Zum Beispiel die individuelle Einladung, Zugang zu den Aufzeichnungsvideos oder den Empfang von Nachträgen. Alles dient letztlich Ihrer Lebensqualität. Wir wissen, mit Agilcare ist es möglich. Leben ohne Krankheit. Achtung! Hier sollten sich nicht nur die sogenannten neuen Anwender registrieren, sondern auch alle alten Hasen. Das ist jedes Jahr von Neuem nötig. Wir müssen jedes Jahr neu ein Portal aufstellen. Dazu sind wir verpflichtet. Registrieren Sie sich und Sie bekommen von uns unmittelbar die Bestätigung per E-Mail. Darin befindet sich auch das Passwort, welches üblicherweise das ganze Jahr konstant bleibt. Und sollten Sie unsere Bestätigungs-Mail nicht in Ihrem Postfach finden, so schauen Sie bitte im Spam-Ordner nach. Ich freue mich, Sie am kommenden Montag im Workshop zu begrüßen. Unsere Einladung dazu bekommen Sie rechtzeitig. Aber jetzt lasst einmal den Registrieren-Button anklicken. Und jetzt lasst einmal den Registrieren-Button anklicken. Das ist... ...